Naja Guck mal mit dem Fingerabwehrchen Ähhhhhh jo Okay, Blumenklopf Hm, mal gucken, kann ich PC jetzt bedienen irgendwie? Nö ne? Na gut Ich behalte ihn gerade noch mal Mal gucken, wofür ich den benutzen kann Hm Das kannst du gut anmachen Ja okay, mit dem Tipp, mit dem Untersuchen Das ist eigentlich auch ganz okay, dass du mir sagst Weil ich denk da so oft nicht dran, ne? Was zu untersuchen Guck mal, das ist achteckig, nein, das ist sechseckig Kann ich lesen Lesen wollen, aha Okay, der, 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 der Schlüssel unter Blumtop ist natürlich sinnvoll Maschinenraumschlüssel Okay Überraschung Hallo Black Forest Spirited Away Ace Angel Ich steige hier nicht mehr durch Vor allem, wenn ich hier immer wieder stehen bleibe, richtig klug Ähm Dann Jetzt, boah, das ist immer so die schönen Erlebnisse Wenn man so, keine Ahnung, ganz viele Räume hat Du weißt, alle die Ich brauche jetzt eine Lösung, ja Dann kann ich all diese Räume betreten Und hab so viele Möglichkeiten Dann findest du die Lösung und dann einfach so Yeah Jetzt kann ich in den Raum rein, in den Raum Ich kann den Knopf drücken Und voll geil So Ähm Dass ich allerdings fast tot bin, ist nicht so geil Boah, Alter Ich hab ein bisschen Panik gekriegt gerade Weil ich ein bisschen low bin Okay Ähm Ähm Esse ich jetzt schon das High Spray Kann ich das hier machen Äh 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 Ich bin halt hard low, ne Ja komm, vorhin hat der eine mich auch irgendwie so gewonehitted Ich Nehm es jetzt einfach schon mal Ja eine Spinne Aber was heißt one-hitted? Aber ich bin auch ziemlich schnell tot gewesen Bauch Bauch Mhm Hm Hm Ah Wurde mir mehr an Okay, denen ist hier das reichlich wenig Alter, der bumst mich, man Ey Warte, hey 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 Hilfe Ähm Ey Boah, ich Ich bin aber auch gerade hart überfordert mit der Steuerung und allem In meinem Leben Okay Ich glaube ich bin tot Alter, die kriegt man nicht tot Was ist das denn? Warum denn nicht? Okay, fickt euch mal ganz geschmeidig ins Knie Wie wärs damit? Nee Ich sterbe nicht Was ist das denn? Jetzt habe ich halt nicht so richtig viel Muni verschwendet so, aber okay Geh weg, geh weg, geh weg Okay, da ist Munition wieder, das finde ich auch schick Ah Okay, weg hier Ihr könnt mich mal Achso, ne Ach, ich bin auch doof, ne Wahrscheinlich die Gaskammer macht die kaputt und dann kann ich da das Gas Oh Gott, ich bin so dumm Okay Ja, geil Ein bisschen Ja, jetzt kann ich Jetzt habe ich ein bisschen Muni verschwendet, aber ist okay, denke ich Okay, ähm Jetzt habe ich den Bar Ja, keine Ahnung wofür der Barcode gut ist, aber das finde ich wohl noch raus Ähm Ich geh jetzt einfach mal hier rein Ich geh jetzt einfach mal hier rein Was ist hier runter? Was ist hier passiert? Hm Irgendwo war da so ein Gas-Ding, wo war denn das nochmal? Ja, warte glaube ich, ne Deine Mutti ohne Strom, Alter Ja Äh, okay Und jetzt? Oh, okay Geiles Rätsel Okay, komm, lassen wir mal da Muss irgendwie richtig sein Hm Ich geh runter Was heißt denn runter? Äh Wieder ganz raus hier Nö, scheiß Barcode da drauf Oh, ist das scharf, ey Weil so ein scheiß Barcode rumliegt, ey Guck mir den nochmal an Okay, steht sogar halt drauf Ähm Jetzt? So, vorletztliche Pizza Ich bin traurig Scheiße Okay, ich hasse mich Ich hab jetzt grad nicht aufgepasst Wo das Ding gelandet ist Wo so lang gefahren ist Weil ich wieder meine dumme Pizza beißen musste Ähm Warte mal, da geht das lang, ne? Warte mal, wenn das jetzt hier war Hä? Den Bereich nicht mehr machen Ähm Okay Hm Oh Mann, ey Jetzt werde ich wieder bestiegen hier Mann Ich hab mich vergiftet Ja Ja, ich kann das hier machen Nö Kombi Boom Kann ich auch gleich schon mal essen Weil Sowieso ein bisschen low bin Aber mit Achtung Äh Yo Ach, den hab ich ja auch noch Maschinenraumschlüssel Ähm Dann Werde ich mal eben Pass mal auf Ich werde das einfach mal Ich will mal schauen, ob ich das jetzt schon mal mischen kann Ja Ja, kann ich Nehme ich die schon mit? Nein, tue ich nicht Tun wir zurück Und Nimm schnell also die zweite Heilung, bitte So Und dann bin ich fast alle Heilmöglichkeiten für mich auch wieder erschöpft Sehr geil auf jeden Fall Dann gucke ich grad Nein Kombi Und dann werde ich jetzt mal schauen Auf Arcade Pass mal auf Wo ich hin kann Ich würde empfehlen Ich würde empfehlen, die AK wegzustellen und die anderen zwei Waffen zu holen Da du die AK für später sehr gebrochen wirst Ah Morgen kommt der Landwirtschaftssimulator Und was? Alter, geil Ähm Wo bin ich denn hier überhaupt Flugzeug Transportflugzeug Lol Ist einfach eingespeichert als Karte Sehr nice Äh Da kann ich jetzt rein Okay Das ist das wohl mein nächstes Ziel, wa? Alles klar Gut, weg mit der AK Soll ich nochmal speichern gehen? Wie das ich wieder geschafft hab? Ich meine, ich kann elfmal speichern, so, ne? Das ist echt nicht schlimm Aber ist ja die Frage, ob ich schon wieder, äh Das alles hier wassen will, so, ne? Also meine Statistik, die halt diesmal nicht komplett kacke ist Ah Ante Geben, wenn ein Einzelzustand so scheiße wäre Oh, ah Brauchst du nehmen, dann gibst du bitte halt, wer zu tun Äh, warte, Moment, was? Hm Ja, egal Na gut, äh Meinst du, du sollst noch eine zweite Waffe mitnehmen, oder was? Hm Oder die beiden Waffen Ja gut, das meinst du wahrscheinlich Ja, passt schon Passt schon Was hier lang, ich idiot Oh, nein Oh Lass mich in Ruhe Ja Ja, okay Und wieder verkriftet, ey Darf ich mich erstmal wieder entgiften? Lustig, lustig Berührt mich nicht an Oh, Mann Die nerven so, ne? Holy shit, ey Sind die vielleicht nervig So Ich darf wieder runter Oh, nee, nee Ich ballade ich jetzt einfach mal ab Wie wär's damit? Ich weiß nicht, womit Jetzt geht hier wahrscheinlich eh nie wieder lang, so Weißt du? Ich sterbe Ich werde sterben Man Gehen die mir heute auf den Sack, ne? Das ist unglaublich Bin ich wieder vergiftet? Natürlich Ey, gib mir das Das war's Ich werde sterben, glaube ich Passiert nicht schlimm Das hat er gesagt Ne, passiert auch nicht schlimm Das sind einfach nur diese dummen Kackviechern Die mir so hart auf den Sack gehen, ne? Man Geht mir das auf den Nüsse Diese Dreckskack-Arschloch-Viecher, ey Das ist unglaublich Ich sterben, One-Hit Ich hasse mein Leben Ich dachte, das wären sie halt so richtig Bähner der Kackviecher, so Oh, Mann, ey Verschwendet, ey Mann, jetzt stirb Stirb Boah So Mal richtig schön Alles probierst du da am Ende, ne? Naja Das ist immer das gleiche mit mir Ich finde Heilkraut Und dann gehe ich so Hier, ne? Inflationell mit meinem Leben um Dass ich einfach Die Dinger innerhalb von einer halben Stunde Alle verschwende Und dann gräbe ich wieder Drei Stunden ohne Heilung rum So läuft das bei mir Immer Mann So, muss ich jetzt rein? Hier rein, ne? Hm, hm So Ja, weg damit Das ist dunnest für mich Das ist okay, da geht ja Hi Claire Claire, it looks like There's an Australian Observation base About 7 miles away from here That should be our target Great news And take a look at that It's a digging vehicle If we break the wall with it We might have a chance Okay Let's do it Also, coole Oh 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 So Ein Vollidiot Ne Mein Gott Boah It's all my fault Don't say that Listen to me We'll escape from here Together Geil Come on We've got to shut off the gas If we split up, we'll have a better chance of stopping it Steve Don't forget We'll get out of here Together Don't spoil it If it really is Hmm 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 So and now Ehh 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 I'm gonna learn to learn Lel Yeah that's Claire here Ehh Ehh I don't know Ehh Rennen kann ich jetzt wohl kaum rein Hmm Wo sie wohl wieder nach unten, wa? Er ist 19, ist die 17 Das sieht halt aus wie, weiß ich nicht, Mitte 20 oder so Ehh Er hat auch nur 19 Als ob, ey Gasmask gehauen Hmm Da wir ja wieder da hinten an den Viechern vorbei Haha, geil Hmm Hmm Gucken ob die Flatterviecher da wieder da sind Oh Schafe Dann krieg ich so nochmal nen Trink Ding für mich heute heute Ja Wieder da Hi Habe ich echt vermisst Rrrr Das ist unglaublich Wie nervig diese scheiß Viecher sind, ne? Jetzt hatte ich wieder Ei auf meinen Rücken gelegt Bald Sagen Rrrr D D Da U Da Ja Ja Da Ja, klar aber. Ja, okay. Mir ist auch so grün, hier trauen mir nicht rein. Geh wieder raus. So, mal gucken. Guck mal, mein Lieblingsabschnitt, mein Lieblingsraum in diesem Spiel, ja. Alter, das ist ein Schaf, ey. Ich kann mich nur wiederholen. Und wieder vergiftet, oder? Nee. Jetzt aber. Richtig? Nee. Alter, geh mir da. Ey, das ist unglaublich, wie nervig diese Scheiß, wie wir hier sind, ne? Meine Güte. So, nicht vergiftet worden, geil. Meine Güte. So, nicht vergiftet worden, was wir hier für heute sehenaru, bei Wirkagdheck waarphoria ist. Vielen Dank.